Leute, herzlich willkommen zum M21 Display Unboxing. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Die 36 Booster liegen schon für uns bereit. Ich bin super gespannt, was wir alles finden werden. An der Stelle wie immer noch ein kurzes, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Vielen Dank für die bereitgestellten Produkte und falls ihr auch mal auf der Suche nach Magic Neuware oder Zubehör sein solltet, alle Infos zum Shop findet ihr wie immer über die Videobeschreibung. Und wir, wir starten jetzt auch mit dem ersten Booster. Viel Spaß! So, die ersten zwölf Booster liegen bereit. Teferi und Ugin wie immer die Jackpot-Karten. Ich bin gespannt, was wir heute alles finden werden. Wir legen natürlich sofort los die Uncommons. Zurückdrehen, den Rewind, die üblichen Verdächtigen und die Vulkanische Salve. Eine richtig gute Limited-Karte, wie ich finde. Die Kosten kriegt man eigentlich immer verbilligt. Und dann 2 zu 1 Removal, richtig, richtig stark. Aber jetzt natürlich nicht die stärkste Rare, die wir hier zur Eröffnung sehen wollen. Gehen wir direkt zum zweiten Booster, wenn das möchte. Wunderbar. So, was haben wir hier? Die Uncommons-Karten. Schauen wir mal, eine Ars-Made. Okay, der Kessel, auch recht solide. Oh, ich sehe eine rote Karte, das haben wir. Eine Chandra, würde ich nehmen. Ah, nah dran, Chandra ist ein Asherah. Auf jeden Fall eine gute Karte. Cooles Upgrade für alle Zirkus-Fans. Habe ich auch schon eine neue Deckliste hochgeladen. Vielleicht zocken wir das Deck auch noch hier in einem eigenen Video. Ist ja ein recht bekanntes Deck, aber eine sehr schöne Karte. Oh, die sieht richtig gut aus. Nehmen wir. Sehr schön. Na gut, das Duel-Land nicht übermäßig stark. Keine Vollkarte, aber zumindest eine gut spielbare Karte im zweiten Booster. So, Booster Nummer 3. Die Uncommons-Wut entfesseln. Oh, im richtigen Moment kann die Karte auch richtig abgehen. Auch eine nette Limited-Karte. Der Kämpfer. Solide. Der Blutschlemmer. Der Blutschlemmer auf Deutsch. Das war ein lustiger Name. Finde ich gut. Auch eine solide Limited-Karte. Und dann haben wir hier ein Scry-Tempel. Sogar ein blaues Land. Blaue Länder. Immer sehr gut bei Magic. Och, ist solide. Die Tempel sehe ich ja jetzt nicht ganz so gerne wieder hier. Weil mir der Reprint einfach, ich sag mal, zu neu ist. Ein paar Editionen weiter. Hätte ich mich da mehr gefreut. Aber so an sich. Rare-Länder kriegt man ja immer irgendwo in einem Deck. Notfalls noch in einem Commander-Deck untergebracht. Nehmen wir auf jeden Fall. Tendenziell halt die beste Karte hier. Zur Eröffnung. Schauen wir mal. Wo ist die erste Planeswalker-Karte? So einen Garok würden wir ja hier auch nehmen. Würde ich mich auch freuen. Mehr Schreine gehen immer. Der Scharmeister. Ein Schleicher. Uh, wir haben noch eine Foil. Die Wahrheit erkennen. Habe ich jetzt ab und zu mal in Aktion gesehen. Auch in einem blau-roten Deck. Auch im Standard. Nicht super, super krass. Aber eine nette Karte. Was ist die Foil? Der Anfängerfehler. Ja, schade. Klassischer Anfängerfehler. Das geht auf jeden Fall besser. Würde ich sagen, Booster Nummer 5. Heute haben wir ja auch richtig viele Booster. Ein komplettes Display. Irgendwas werden wir doch bestimmt finden. Ich hoffe zumindest. Euer solides Uncoming-Removal oder Replikator. Auch ganz nett. Oh, Vasaal. Finde ich ja sehr cool in Kombination mit Loros. Oder dem 3-Mana-Call. Einfach aus dem Friedhof wiederholen. Hat man sofort die 5-5er-Dämonen. Auch eine nette. Uncoming. Ist das mein Garok? Nein, Azusa die Suchende. Oh, das war auch eine super gute Ramp-Karte. Da freut sich bei mir ein Commander-Deck. Irgendein Deck hat auf jeden Fall noch keine Azusa. Geht ja fast immer. Sehr schön. Und ein Golem noch in Foil. Nehmen wir aber sie. Auch cooles Artwork. Top Reprint auf jeden Fall. Ja, und kann jetzt eigentlich auch der Ugin kommen. Wobei, Teferi würde ich mich tatsächlich mehr freuen. Habe ich natürlich noch nicht. Ist ja eine neue Karte. Schauen wir mal. Halbzeit für die ersten 12 Booster. Oh, die Goblin-Zauberei. Für eine Common-Top-Top-Limited-Karte spiele ich richtig gerne. Die ist wirklich gut. Oh ja, hier sind auch wieder die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Schauen wir mal die Uncommons. Die Harp-Gear. Solide. Der Kriegstreiber. Auch nicht verkehrt. Oh ja, schön. Teferis-Belehrung. Die werde ich mit Sicherheit auch zocken noch hier auf dem Kanal. Und die erste Mythic-Rare. Die Diskontinuität. Na, sehen wir jetzt noch nicht ganz so oft in Aktion. Ist aber eine nette Karte. Wandert bei mir natürlich in den Commander-Deck. Diese Beende-den-Zuge-Effekte. Damit kann man coole Sachen machen. Sehr flexibel einsetzbar. Nette Karte hier. Aber das geht auf jeden Fall besser. Leute, wir kennen das Spiel. Booster Nummero 7. So, die Uncommons. Gegenstandslos machen um Palladium-Mür. Auch ein cooler Reprint. Finde ich sehr solide. Der stärkende Schub. Und der verfolgte Wahl. Ja, würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt in einem Commander-Deck unterbringen. Das ist auf jeden Fall für mich so eine typische alte Corset-Rare. Ganz lustig. Recht flavorvoll. Aber jetzt nicht übermäßig stark. Ich denke, da können wir direkt weitergehen. Booster Nummero 8. So, geht los mit einem Ritterschlag. Auch vielleicht ein Basri hier. Schauen wir mal. Oh, nochmal ein Visionär. Ich liebe diese Karte. So gut. Der Magma-Köter. Auch solide. Oh ja. Uncommons-Mars-Remove. Der Watcher für das Flyer-Deck. Nochmal der Empath. Auch solide. Und das Tierschutzgebiet. Oh, das ist eine coole Karte, wie ich finde. Bestes Artwork. Also schon super Artwork auf jeden Fall. In dem passenden Deck. Nettes Utility-Land. Und oh ja. Nochmal ein alternatives Artwork hier auf dem Gebirge. Leider nicht in voll. Oh. Nettes Booster. Die Karten werde ich auf jeden Fall benutzen können. Jetzt auch nicht übermäßig stark. Ja, bisher. Oh doch. Die Azusa war ziemlich gut. Am Ende gibt es natürlich wieder die Ausbeute von heute. Da schauen wir uns dann nochmal kurz alle guten Karten an. Und jetzt gucken wir mal hier weiter. Der Greifenhorst. Okay. Okay. Patrizierin. Solide für das Orts-of-Life-Gain-Deck. Und Abgott der Zähigkeit. Hatten wir schon in einem Unboxing. Ist eine, ja, halbwegs nette Karte. Finde ich so auf dem gleichen Level wie der verfolgte Wahl. Jetzt nicht super, super krass. Ich glaube, da können wir auch weitergehen. Die letzten drei Booster. Hier im ersten Drittel. Oh, da geht auf jeden Fall noch einiges. Würde ich sagen. Ja, komm. Mindestens noch ein, zwei Mythic Rares. Jetzt natürlich nicht in den drei Boostern. Aber so in den letzten oder in den restlichen Boostern, da wird schon noch was kommen. Das Geschäft. Brontodon. Kennen wir. Und Barstis Leutnant. Oh ja. Jetzt fehlt wirklich nur noch der Barstri. Eine schöne Insel dazu. Haben wir hier im Barstri Plus Eins, Plus Eins Markendeck schon angespielt. Schön ist der letzten Jahr Token Deck. Wobei, jetzt nicht Token, es ist ein Counter Deck. Hat mir aber richtig gut gefallen. Oh, das ist eine solide Karte. Alles mit Plus Eins, Plus Eins Marken. Kann da auf jeden Fall was mit anfangen. Die nehmen wir. Ist spielbar. Aber, wo sind die Planeswalker? Also, einen Planeswalker sehen wir ja wohl auf jeden Fall, oder? Also, das erwarte ich jetzt schon. Chaos nah. Teferis Belehrung. Und Radar. Herz von Keltor. Ich finde sie so cool. Noch die Ebene. Sehr schön. Aber nochmal kurz die Radar. Ich finde sie so cool. Quasi Legendary Cursor of Crufix. Kann halt richtig gut angreifen. Mit Erstschlag für 6 Mana. Ein richtig guter Pumpeffekt. Man kann halt erst immer einmal angreifen. Der Gegner muss quasi blocken. Wenn man sie durchlässt, kriegt sie in der Regel mindestens Plus 6, Plus 6. Schöne Ange für 9. Also, sie ist eine super coole Karte. So, Spielbarkeit. Richtig, richtig stark. Da freue ich mich. Ist auch nicht super wertvoll. Aber ich finde sie einfach so cool. Kommt 100%ig in ein Commander Deck. Vielleicht sogar ein eigenes Deck. Mit ihr als Commander. Also, da geht auf jeden Fall einiges. So, komm. Und nochmal. Ah, doppelte Vision. Eine schöne Feuil. Die prompte Antwort. Oh, das geht auf jeden Fall besser. Oh, war nicht der übermäßig starke Start, muss ich sagen. Asusa war wirklich die beste Karte. Doppelte Vision. Oh, vielleicht auch eine Commander Karte in einem blau-roten, also in einem Izzet Spell Deck. Kann man da auf jeden Fall was mit anfangen. Auch nochmal in den gegnerischen Zügen nochmal spontan Zauber spielen. Das kann halt echt gut sein. Besonders in Multiplayer-Runden. Man kann ja auch in den gegnerischen Zügen dann jeweils nochmal einen Zauber spielen und kopieren. Dann kann so eine Karte echt ganz gut sein. Aber das geht auf jeden Fall besser. Ich räume kurz auf. Und dann kommen die nächsten 12 Booster. Weiter geht's. So, weiter geht's. Die nächsten 12 Booster. Wir legen sofort los, beziehungsweise machen weiter. Mir ist gerade aufgefallen, wir hatten im Rare-Slot nicht eine einzige schwarze Karte. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Vielleicht noch eine Liliana. Fände ich auch richtig gut. Wie gesagt, die Planeswalker-Karten müssen ja irgendwann reinkommen. Ah, Neuen Leben ist eine lustige Fun-Karte. Casual-Karte, Vollmountain. Aber das ist auf jeden Fall nicht die Karte, die wir jetzt hier unbedingt suchen werden. Da bin ich auch ein bisschen dran, im Commander-Deck die Karte zu verbauen mit Neuen Leben. Kann man halt echt ganz nett was machen. Aber, ne, ne, das geht auf jeden Fall besser. Die Uncommons. Oh, nochmal nette Cummins. Aber hier, der Veteran. Die Leichenflickerin. Garoks Aufstand. Finde ich super solide für eine Uncommon. Und, oh, das ist ein Rare-Land, was wir natürlich sehr gerne sehen. Ein sagen durchwobener Durchgang. Viel besser als ein Scry-Tempel. Sauber. Das war sehr, sehr, sehr stark. Gutes neues Fettschland, könnte man sagen. Das ist auf jeden Fall gut. Wunderbar. Davon kann man gar nicht genug haben eigentlich. Das gefällt mir. So, die nächsten Uncommons. Eine Rätselgestalt. Das Flügelpferd. Du warst auch mal eine Rare-Karte, wenn ich mich richtig erinnere. Nur noch eine Uncommon. Schade. Aber ein schönes Artwork. Kann man nicht sagen. Die Seele versengen. Und, oh, die erste schwarze Rare-Karte. Aber das ist auch jetzt nicht unbedingt die Karte, die wir sehen wollen. Ist eine nette Sideboard-Karte. Oh, sieht aber auch schön aus. Die Farben. Sieht gut aus. Schön geworden. Aber schön reicht jetzt nicht. Gerne nochmal so einen Durchgang jetzt im Anschluss. Erstmal einen neuen Leben. Land. Andere Karte. Nochmal ein Land. Jetzt kommt hundertprozentig der Scry-Tempel. Ich seh's schon. Oder die Planeswalker-Karte. Mal sehen. Licht. Der grüne Schrein. Nehmen wir. Lilianas Verehrer. Auch lustige Karte. Ganz nett für eine Ankammel. Für die Zombie-Fans. Ganz gut. Oh, das Zauberbuch. Das ist auf jeden Fall eine spielbare Karte. Kann man nicht sagen. Gerade Decks, die schlecht selber Kartenvorteil machen können. Anhand ihrer Farbkombination. Auch jetzt wieder zum Beispiel im Commander-Format. Notfalls ein rotes Deck. Falls es halt nicht ein aggressives Deck ist, sondern ein bisschen langsamer. So ein Big Red Deck. Da kann man dann auch mal so ein Zauberbuch spielen, um an Bonus-Karten zu kommen. Nehmen wir. Schade. Ich dachte, das wäre die Vollradar. Es ist der Rächer. Okay. Oh ja. Doch, die Insel noch dahinter. Nettes Booster, würde ich sagen. Nettes Commander-Booster. Aber das war jetzt nicht auf dem Level von unserem Fetchland. Vom Durchgang. Gucken wir mal. So. Booster Nummer 5. Die üblichen Verdächtigen am Anfang. So. Der Regen der Offenbarung. Der Meteorit. Klassiker. Der Hüter der Wälder. Ja, oh. Auch eine nette Limited-Karte, finde ich. Kann man gut zocken. Und Garuk, bist du's? Nein. Schon wieder nur der Älteste. Ist halt eine super gute Einzelkarte. Ich spiele ja sehr gerne grüne Decks. Habe ich auch dementsprechend viele hier zu Hause. Nehme ich auch nochmal. Hatten wir nämlich schon in einem Unboxing. Aber ist eine gute Karte. Nehme ich. Aber Garuk. Garuk. Teferi. Ugin. Wo seid ihr? Teferi. So. Versuchen wir das mal. Teferi vorne drauf. Was haben wir? Ja, oh. Das sind auch gut spielbare Karten. Ich gehe ja hier recht schnell durch die Cummins durch. Aber die kennen wir halt alle schon. Aber echt gut spielbar, würde ich sagen. So. Die üblichen Verdächtigen. Definitiv. Auch die Sense hat man noch nicht so oft. Oh. Ich sehe da hinten was. Das könnte interessant werden. Kehr weg. Zwar eine recht interessante Karte. Haben wir schon oft drüber geredet. Aber. Was haben wir dahinter? Oh. Komm. 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 Oh. Und Sollum. Wir haben das Scheinbild. Das ist wirklich. Entschuldigung, dass ich es immer so oft sage. Das ist aber wirklich eine der Commander Karten. Und ich finde die in dem Artwork super nice. Oh. Da freue ich mich. Ich würde fast sagen. Meine Favorite Karte bis hier hin. Die sehen wir am Ende auf jeden Fall nochmal. Beide. Aber das Scheinbild. Sehr schön. Oh ja. Das war ein gutes sechstes Booster. Jetzt auch insgesamt wirklich eine gute Eröffnung hier. Im zweiten Drittel. Wir hatten halt das Fettschland. Der älteste. Oh ja. Das war schon deutlich besser als die ersten zwölf Booster. Würde ich sagen. Jedenfalls bis hier hin. Mal sehen. Oh ja. Schrein. Oh. Auch sehr gut im Limited. Der Schamane. Aber auch spielbar. Und Gadrak. Ja. Haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Ein Dreimannertrache. Das kann halt für manche Drachendecks sehr gut sein. Ich meine Gadrak kann immer blocken. Aber auch im Standard. In den verschiedenen Sacrifice Decks spielbar. Einfach mal weggeschmissen. Der Drache wollte schon losfliegen. Aber ist auf jeden Fall spielbar. Ja. Du darfst jetzt zur Seite fliegen. Wir machen ja schon weiter. Gadrak. Ganz entspannt. So Leute. Weiter geht's. Na komm. Ja Gadrak. Ich weiß. Ich geb mir ja Mühe. Ich weiß. Die Leute warten. Entschuldigung Leute. Also. Das nimmt ja hier. Also. Nein. Weiter. Entschuldigung. So. Die Krake. Oh. Kultivieren. Top Repent. Nehme ich. Gerne öfters. Oh. Die Mentorin. Basri Markendeck. Sag ich da nur. Sie ist echt super super gut. Ohne Epiphany. Die Offenbarung. Finde ich ja auch super stark. Man kann sobald man das Mana zusammen hat. Hier in der Regel immer zwei, drei oder vier Fähigkeiten oder Modi aktivieren. Ich finde die Karte gut. Ich bin Fan. Sehr nice. Ist nochmal ein Vollbudget Dual, wie ich sie gerne nenne. Die Life Gain Dual Länder. Boah. Nett. Nehmen wir. Richtig gut. Kommt zum Gadrak. Könnt ihr euch mal gegenseitig da ein bisschen unterhalten. So. Nächstes Booster. Schmeiß weg. Leute. Ich hab richtig Bock. So. Wo sind die Planeswalker versteckt? Die Ankammenkarten. Oh. Die Hydra mag ich auch gerne. Wieder für das Markendeck. Ja komm. Basri. Irgendwas. Die Intervention. Ist eine solide Rare. Nehmen wir. Hatten wir allerdings auch schon. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Direkt weiter. Die letzten drei Booster. Für das zweite Drittel. Die haben immer noch keine Planeswalker Karte gefunden. Eigentlich hier Corset. Alle Planeswalker werden hier gefeatured. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Immer diese Planeswalker. Golem. So. Den ich suche. Läuft. Die Eiche. Ist okay. Komm. 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 Die Vollstreckerin der Diebesgilde. Haben wir auch schon drüber geredet. Das gibt's doch nicht. Ich find sie ganz cool. Ich hab ja selber bei Rina ein Jant Räuberdeck gebaut. Ist auf jeden Fall ein Fun-Deck. Aber ist ganz nett. Ja. Spielbar. Ist okay. Komm zum Gadrak. Leute. So. Der Teferi kommt dann gleich dazu. Hoffentlich. Komm. Die letzten zwei Booster. Wir haben nochmal einen Teferi. Hier war Liliana vorne drauf. Das hat zwar nichts zu sagen. Aber mal gucken. Eine Veteranen. Wutentfesseln. Meuchler. Und. Ach ja. Scry-Tempel. Geht immer. Die Foil. Der Blitzhund. Und. Oh ja. Das ist aber ein schönes rotes Booster. Hier noch das Land dazu. Eine Foil. Tempel. Kann man nichts sagen. Da kann man wirklich nichts sagen. Kann ich mich auch nicht beschweren. Also abgesehen davon. Tempel. Ihr kennt die Geschichte. Leute. Das letzte Booster. Im zweiten Drittel. Mal sehen. Es war schon ziemlich stark insgesamt. Muss ich sagen. Aber da geht noch was. Ein Schrein als Ankammen. Nochmal der Blutschlemmer. Oh ja. Lecker. Wunderbar. Die Wiedergeburt. Und. Oh. 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 Die sieht gut aus. Oh. Hab ich noch gar nicht gesehen. Es ist Full Art Homo Liliana. Oh. Oh. Das hat sich gelohnt. Die sieht ja richtig nice aus. Vom Artwork. Oh. Gleiche Künstlerin wie Chandra Torch of Defiance. Und sehr nice. Oh. Das Bild hängt nämlich hier signiert vor mir. Seht ihr nur nicht. Da freue ich mich. Also. Das war hier der perfekte Abschluss. Die zwölf Booster waren insgesamt wirklich wirklich gut. Mal sehen ob die letzten zwölf Booster da mithalten können. Ich räume kurz auf. Bis gleich. So. Leute. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Von keinen schwarzen Rare Karten. Zur Alternate Art Liliana. Finde ich gut. Finde ich gut. Muss ich sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so. Die blauen Rares haben wir noch nicht so gut. So gefallen. Booster habt ihr es gehört. Die blauen Rares waren noch nicht ganz so gut. Wir sind bereit für den Teferi. Heute den Art Teferi. Wäre in Ordnung. So. Das erste Booster. Das letzte Drittel. Was finden wir noch? Oh ja. Oh. Passend zur Liliana. Sehr schön. Die Uncommons. Der Kessel. Und Basri vielleicht du? Oh. Der Prediger. Finde ich. Finde ich ist eine coole Karte. Schon im Boggles Deck angetestet. Quasi in dem mono weißen Aura Enchantment Deck. Kann man gut aktivieren. Seine Fähigkeit. Beziehungsweise dahin kommen. Dass man sie aktivieren kann. Schöne Rares zur Eröffnung. Freue ich mich. Oh ja. Speaker. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist ein Klassiker. Oos. Eine meiner Lieblingskarten. Ich habe ja früher immer Junk gespielt. Im Modern. Natürlich habe ich dementsprechend viele von der Karte. Auch in allen Varianten. In Promos. Aber eine Deutsch. Voll. Oos. Sehr schön. Also gut. Das erste Booster. Top Eröffnung. Es geht gut weiter. Ich hoffe es geht auch hier gut weiter. Das war ein starker Start. Das war wirklich ein starker Start. Ob wir da noch Glück haben und Teferi finden. Leute. Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich wie immer für nichts garantieren. Ich gebe mir Mühe. Ich gebe immer mein Bestes. Hier die besten Karten aufzumachen. Als ob ich das beeinflusst. Nein. Wir können das alles beeinflussen. So. Der runenverzierte Schein. Rune Halo. Ist eine nette Karte. Sieht man ab und zu mal. In verschiedenen Decks. Geht. Geht besser. Was haben wir da? Okay. Ja. Leute. Ja. Es ist der Foil Teferi. Oh. Was soll ich sagen? Ganz vorsichtig. Freund. Du kommst nach oben. Ich freue mich dich zu sehen. Otte Feri. Du bist wunderschön. Oh ja. Oh ja. Leute. Ja. Schön, dass ihr bis hierhin. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid. War gut. Das. Es endet jetzt eigentlich das Video. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Was soll ich denn jetzt noch sagen? Kommen wir eigentlich zur Ausbeute von heute? Oh. Da habe ich. Und ich sage noch mit. Als ob ich das beeinflussen könnte. Natürlich können wir das beeinflussen. Das ist unfassbar. Zum Glück läuft hier eine Kamera. Das würde mir ja niemand glauben. Der Verehrer Nyambi. Oh. Finde ich cool. Wenn ich mich von der Lore richtig erinnere. Passt. Ich glaube, das ist Teferis Tochter. Wenn ich mich richtig erinnere. Teferi. Ach. Ach. Ja. Leute. Sehr schön. Ja. Ist eigentlich egal, was kommt. Was soll ich sagen? Ugin. Ist egal. Garok. Würde ich mich freuen. Ist eigentlich egal. Hauptsache die Kamera lief. Sehr schön, dass wir das immer festhalten. Nochmal ein Watcher. Oh. Pyreling. Finde ich auch toll. Vielleicht die Chandra dahinter. Scry Temple. Kann man immer spielen. Leute. Kann man immer spielen. Nehmen wir. Finde ich gar nicht mehr schlimm. Ich nehme noch ein Scry Temple. Ich brauche noch nicht mal mehr den Durchgang. Fabled Passage. Wir haben einen Teferi. Leute. Wir haben einen Teferi. Striker. Schreien. Kultivieren. Ach. Wunderschön. Sehr gut. Eine Umarmung. Leute. Wir hatten zu wenig gute blaue Rares. Wir sind bereit für den Teferi. Ich freue mich, mir das nochmal anzuschauen. In der Post-Production. Leute. Ich komme gerade nicht darauf klar, was hier passiert. Hab das schon mal Daumen hoch da gelassen. Finde ich super. Och. Du warst auch mal eine Rare. Ja. Jetzt als Uncoming natürlich eine richtige Limited-Bombe. Leute. Ich bin raus. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Scry Temple. Wunderbar. Immer spielbar. Nehmenbar. Leute. Ja. Der liegt hier. Was soll ich sagen? Was soll ich machen? Gott. Ich kann einfach nicht mehr die Augen von Seferi nehmen. Ha. Zu gut. So. Die nächsten Uncomings. Ach. War das hinten nochmal ein Scry Temple? Würde ich nehmen. Leute. Scry Temple. Komm. Scry Temple Party. In verfolgter Wahl. Naja. Okay. Jetzt habe ich es überreizt. Okay. Ich gebe es zu. Jetzt habe ich es überreizt. Jetzt kommt nichts mehr. Fünf Booster. Wobei. Ich bin immer noch bereit für den Ugin. Nein. Bin ich nicht. Dann müssen wir. Dann müssen wir. Dann müssen wir wirklich aufhören. So. Der. Der Geysir. Auch eine super Limited-Karte. Was haben wir? Und Bane Slayer Angel. Gut. Och. Gut. 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 Ich muss noch ein Feuergarug dabei sein. habt, auf jeden Fall antesten. Macht Spaß und ist auch erstaunlich stark. Sehr schön. Also hu, geht doch nochmal besser als das zweite Drittel. Hätte ich nicht gedacht. Das haben wir. Katzenherrscher, Lord, sauber, die Belehrungen voll und noch ein Island. Ja, Teferi haben wir schon. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh Leute, ich freue mich die Karten gleich zu sortieren. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Das letzte Booster für heute. Wir haben nämlich noch was. Kleine Vorschau. Und nochmal ein Scheinbild. Top. Uh, nochmal eine Feuil. Zum Glück nicht die krasse, krasse Feuil, nur eine Einsicht. Alles gut. Das hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gepackt. Leute, ich sortiere uns ganz kurz die Ausbeute von heute. Bis gleich. Und hier unsere Ausbeute von heute. Leute, ich bin komplett fertig. Die Liliana, der Teferi, was soll ich sagen. Meine Commander Decks freuen sich. Ich werde mich freuen. Wir haben eine Fabled Passage. Natürlich ausgiebig. Scry Temple. Traumhaft. Leider kein Garruk. Aber ich meine hier der Elda und Azusa. Topkarten. Dann die Feuilus. Also, ich glaube, da kann man sich definitiv nicht beschweren. Ein tolles Display. Ich hatte richtig Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Leute, wie immer. Denkt an den Daumen hoch. Das ganze gute Zeug. Richtig nice von euch. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Musik 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 ...